Diese Menschen wissen eines nicht. Sie werden überrascht. Bei The Big Surprise. Einen ganzen Tag lang läuft für sie alles schief. Und dabei werden sie mit versteckter Kamera gefilmt. Sag doch, bist du voll dumm im Kopf oder was? Zum Glück machen wir am Ende aus ihrem Albtraum ihren schönsten Traum. Euer Ernst? Paulina Roszynski freut sich auf The Big Surprise mit neuen Fällen. Am 1. Oktober, 20.15 Uhr. ProSieben.